Wenn Sie Probleme beim Einfügen von Textbausteinen in Ihre Zielapplikation haben, können Sie PhraseXPress sehr umfangreich hierfür konfigurieren. Klicken Sie hierzu auf Extras, dann wählen Sie Einstellungen und wechseln Sie in den Bereich Textausgabe. Hier finden Sie verschiedene Optionen für die Einfügemethode. Diese wirken sich global für alle Textbausteine und für alle Programme aus. Sie können aber auch eine spezifische Einfügemethode für bestimmte Anwendungen definieren, die Probleme bereiten. Klicken Sie hierzu auf die entsprechende Option, starten Sie dann die entsprechenden Programme, für die Sie Einfügemethoden spezifizieren möchten und wählen Sie dann das Programm und die gewünschte Einfügemethode. Wir können keine konkreten Empfehlungen geben, da dies von Ihrer jeweiligen Systemumgebung abhängt und von der Zielanwendung. Sie sollten also hier mit verschiedenen Einstellungen experimentieren. Sie können mehrere Einstellungen vornehmen über die Plus-Schaltfläche und hier weitere Programme auswählen, wie zum Beispiel den Internet Explorer und hierfür eine gesonderte Einfügemethode auswählen. Mit Bestätigung auf OK werden die Einstellungen angewendet. und hierfür eine gesonderte Einstellungen vornehmen. Untertitelung des ZDF, 2020